Mein Name ist Urs, ich komme aus Hamburg. Mir war aber immer wichtig, anderen Menschen zu helfen. Und da finde ich es natürlich gut, wie World Vision hier agiert und sich hier ein Team aufgebaut hat mit Leuten vor Ort und im Endeffekt bei Null angefangen hat, um jetzt erstmal zu sagen, wir sichern den Menschen ein Habitus, wir sorgen dafür, dass die Kinder eine Bildung zur Schule gehen können. Es funktioniert halt, Step by Step.